Zen Zen ist ein Weg der Selbstfindung, eine jahrtausendealte Meditationspraxis. Zen ist für Menschen wie du und ich. Zen ist Suche und Ankommen, Ankommen bei sich selbst. Dieses Bergsendung soll ein internationales spirituelles Zentrum und ein starkes Zeichen des Friedens in Österreich werden. Was bedeutet das, ein Zuhause haben? Was wir hier versuchen, ist ein spirituelles Zuhause aufzubauen für jeden, der uns besuchen will. Einen Ort, wo wir zusammenkommen und uns absolut sicher fühlen können. Und dann in den Alltag zurückzukehren und unser Leben in einer wundervollen und hoffentlich erleuchteten Weise weiterzuführen. Wir hoffen, dass jeder Mensch, der das erkennt, teilnehmen möchte und das volle Potenzial seines Lebens realisiert. Vielen Dank. Erfahrene Zen-Schüler können überall sitzen. Aber Anfänger brauchen besonders die inspirierende und unterstützende Umgebung und darum ist es Zeit für unser Bergsendung. Begleitet von meinem Herzensgebet hoffe ich auf die Fertigstellung des neuen Sendoh. Im Hinblick darauf ersuche ich auch herzlich Interessierte um Unterstützung dieses Projekts. In der Zen-Praxis unterscheiden wir nicht nach ethnischen Zusammengehörigkeiten oder schlecht, Religion oder Herkunft. Alles ist mit allem verbunden. Und wir wollen hier einen Ort schaffen für viele Menschen. Und hier soll unser Sendoh entstehen. Unsere Meditationsraum. Dafür brauchen wir Ihre Spende. Also bitte, bitte spenden Sie jetzt. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.